Das ist also wie es endet, nicht mit einem Schuss, nicht mit einem Knall, sondern warm und still und leise, irgendwo im All. Ich bin hier tot und Sie müssen jetzt mitkommen. Ja, dann warten Sie kurz, ich pack schnell meine Sachen und bin gleich da. Einer der Humorvollen, noch nie gehört den Witz. Du schaustest weinend aus dem Fenster, ich fuhr weinend durch die Nacht. Wir mussten lachen, glücklich schluchzen, wir sind für diese Momente gemacht. Wir werden uns eine Zeit nicht mehr sehen, gib gut auf, dich halt. Und egal, was ich tun werde, ich habe immer, ich habe immer an dich gedacht. Ich werde lieber mit dir scheitern, als mit anderen nicht. Und dein Gesicht verblasst langsam auf einem Foto in meinem Portemonnaie. Und weißt du, was ich glaube, habe ich dich gefragt und habe dann gesagt, wir sind gut darin, uns zu beweisen, Befrischen die Nächsten und Zweigen, manche Dinge einfach bleiben, wie sie sind. Du schaustest weinend aus dem Fenster, ich fuhr weinend durch die Nacht. Und das wird ein Vergnügen. Und das wird ein Vergnügen.